This one here Tai-chi-dai-chi Das wollen wir sehen, was Future Me so hinkriegt Wie dein Traum, auch wenn es ein Halbtraum ist Geh irgendeinen Weg, stelle dich der Gefahr Ich bin gerade ein bisschen los Einmal die Straße Ja, nein, halt Macht das Sinn, dass ich nicht weiß, wo ich bin? Ich weiß nicht, wo ich bin Rechts! Da ist Zaun! Ja, ich bin da Herr, wo? Herr, wo? Herr, wo? Uuuuuh Oh, da sind wieder die Todern Oh, die Zeit, dass da drin bleiben Ist ja noch jung Ja, wir werden das schon nicht Ich bin leider aufjörn, was jetzt ein Hiiii Ehhh Ehhh Ehh Ehh Die Belichtung ist echt mega gelb, but.. Ach, hello! Ich bin wieder da diesmal, wieder mit der Kamera Am I pretty or am I pretty? Guess who is just getting ready? This one here. This person. Why am I doing this to myself? Ja. Night time! So. Der Vorteil, wenn man Tee und Kaffee als Maske benutzt und etwas in den Mund bekommt, es ist nicht schädlich. Okay, dann verwandeln wir mal hier dieses Biest in etwas bisschen Ästhetischeres. Ich bezweifle, dass es sehr viel besser ist als vorher, aber... Ich bin so schlecht in der Zeit. Ich habe keine Lust mehr, deswegen werde ich mich jetzt auch nicht weiter mit dem Vlog aufhalten. Weil ich nicht wüsste, wen ich das darstellen soll. Tai-chi. Tai-chi! Fail Tai-chi, weil das ist meine Eranwick. Die ist jetzt geschnitten. Ich habe die falsche Brille. Meine eine ist still on the way. Deswegen kann ich auch Hanji nicht machen. Und, well, yeah! Es lohnt sich eigentlich nur für mich. Mir geht es mega schlecht. Ich könnte mich so wieder übergeben. Aber, ja. Und was tut mich alles für seine Tomodachis? Tai geht es nicht gut, der muss jetzt noch jammert hoch. I cry. Nehm deinen Traum, auch wenn es ein halbes Traum ist. Oh, der Wind. Was ist das erste was man macht wenn man ein bisschen ungestörter ist? Man grabbt erstmal die Cam und man macht erstmal ein Update. Weil das ging vor hoch. Ich bin so mit der letzten Sekunde zur Bahn gejumpt. Jetzt muss ich noch tausend mal rumsteigen mit dem Bus und dann bin ich irgendwie da. Und, I don't know, und bleibt zwei Stunden da. Und, ja, trala, und es ist windig. Komische Leute sind unterwegs. Ich bin mit meiner big ass Kamera. Ich bin schlecht in Richtung. That's me. But, well. I'm on my way. Und, ja. Why am I doing this? Das wird heute sowieso nicht viel gevloggt, weil ich bleib jetzt auch nicht lange da. Und dann werden wir mal sehen, was die neue Cringero mir bringt. I cry. Oh Gott. Ich versuch diesmal früher da zu sein. Mit diesem Vlog kann ich mich dann daran erinnern. Ob ich es geschafft habe oder nicht. Lass mal sehen in der Zukunft. Was Future Miso hinkriegt. A few moments later. Es ist so dunkel. Bruder. Ich musste jetzt gerade an die Katze von Totoro denken. Dieser Katzenbus. Das wärs gewesen. Den hätte ich jetzt auch gerne. Oh wow. Genau. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Nein. Ich muss noch weiter. Ich bin gerade ein bisschen los. Eigentlich an der Straße. Nee. Oder? Okay. Hauptsache Google Maps quatschen irgendwas ins Ohr. Und ich bin so. Ach hallo. Sorry es ist gerade einfach mega dunkel. Aber ich muss es gerade irgendwie fester halten. Ähm. Jetzt komm ich mir echt vor wie ein Digi. Jetzt fühl ich mich aber gerade ein bisschen mehr so wie Willis. Willis. Was ist das denn? Alter ich weiß nicht wo ich bin. 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 Macht das Sinn. Dass ich nicht weiß wo ich bin. Oh. Bin ich auch noch so voll inkognito. Die Sonne. Es ist ein Crew meet auch. Okay da kommt irgendeiner. Hauptsache da lief vorhin so ein Jogger. Und ich so. Ist es ein schneller Walker? Ist es ein Zombie? Ich so ist es. Ein Titan. Wir werden es nie erfahren. Okay ich glaube ich hab mein. Ich glaub ich hab mein Ziel verfehlt. Hä da stand aber ein ganz anderer Weg. Warte mal musste ich rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Mein Handy hat sich auch schon geheatet. Ich weiß einfach nicht wo ich bin. Aber ich hab das Gefühl ich muss ein bisschen weiter laufen. Das kann ja nicht die erste Abbiegung sein. Okay. Es ist echt ziemlich weird hier. Oh boy. Ähm. Ja. Ganz ehrlich. Ich weiß warum ich Ryoga von Ramba cosplayen möchte. Ich bin genauso. Wenn man mich los schickt. Ich komm irgendwo. Ja ich komm wirklich irgendwo so in China wieder raus. Und ich gerade nicht hin will. Ähm. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich glaub ich hab mich voll verlaufen. Warte mal. Ich guck mal eben ob ich hier rüber muss. Ich bin wieder da. Diesmal mit JP. Alter soll ich hier durch den Busch oder was. Oh mein Gott. Hier ist ein Tor. Ey. Was ist so. Der sagt mir jetzt rechts abbiegen. Rechts. Da ist Zaun. Das ist einfach mein Zaun. Und ich so entschuldigen Sie bitte. Bitte rechts abbiegen. Läufst du in den Zaun. Hallo. Ganz ehrlich. Moderne Technik ist einfach Null. Okay. Ich hab die. Bruder. Was ist das. Warte mal. Hier ist irgendwas. Aber hier steht nicht Sperrbeweg. Da hinten steht irgendwas mit Gras. Wir laufen jetzt mal einfach hier irgendwo auf gut Glück rein. Ich glaube. Ich glaube er zeigt mir sogar normal an. Kann es wirklich richtig sein. Oh mein Gott. Das ist so weird. Okay. Ich glaube ich muss jetzt einfach. Ja. Ja. Das ist da hinten. Ich glaube ich bin jetzt richtig. Richtig durch. Ja. Lebe deinen Albtraum. Denn er wird wahr. Geh irgendeinen Weg. Stelle dich der Gefahr. Auf ein Google Maps. Was anderes sagt. Bist du dein Ziel erreichen? Vermutlich. Vermutlich nicht. Ich lauf hier einfach so auf der Straße. Und man sieht einfach nichts. I'm so sorry. Aber ich glaube ich bin jetzt richtig. Also ich hoffe es. Ich weiß nicht wo ich bin. Ich muss mich eben kurz orientieren. Ich muss mich einmal sammeln. Okay. Hier läuft so ein komisches vermummtes Ding rum. Mit so einer Kamera. Ins Gesicht halten. Warte mal. War das hier? Nein. Ich kann mich hier. Ich war hier. Ich war hier glaube ich zweimal. Und ich kann mich an nichts erinnern. Ah links. Okay. Zum Glück habe ich per Headset. Ähm. So glaube ich ist Headset drinne. Und Google quatscht mir. Vor allen Dingen links abbiegen. Ich will so rechts abbiegen. Links abbiegen. Und ich so. Ja rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Wer will schon links abbiegen? Rechts abbiegen. Ich glaube. Nein. Nicht da. Okay. Ich glaube ich habe es gefunden. Da steht 34. Ja. Ich habe es gefunden. Ich habe es fucking gefunden. Da steht 34. Bruder ich bin da. Oh. 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 Ach. Stimme 34. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Du meinst, deine Seite rechts oder meine Seite? Ah, okay. Der war noch nerviert. Ah, da hinten. Falsche Tür. Das ist so krass witzig. Zumindest habe ich mein Drama festgehauen. Alles ist durch. Mein Wig, ich bin durch. Und ich bin zu late. Och, ich habe es gefunden. Kann man es glauben. Ich habe es fucking gefunden. Jetzt muss ich eben einmal... Oh, Bruder. Aber ich sehe einfach mal nicht. Ich kann es nicht. Kann ich jetzt sehen. Oh, shit. Häwo? 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 It's me. Ich hatte so ein Drama, ich habe es so voll nicht gefunden. Aber das Beste war, ich habe ein Drama, habe ich auf Warte. Lebst du schon oder wachst du schon? Oh, mehr Leute. Oh, du bist so ein Süßi. Schuhe vor der Tür. Ich glaube, die Schuhe ausprobieren geht nicht. Aber mein Drama habe ich jetzt mit aufgenommen. Schmeckt es, ja? Ja. Oh, hallo. Mach das nicht. Ja, mach das nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss eine Mittelscheide machen. Also, ich kriege es. Look at this. Warte. Warte, ich muss dir erstmal gucken. Das ist fertig. Hm. Hm. Nein. Okay, Secret unter uns. Ich trage den. Ich trage mein Aero Team. Jetzt kann ich dir auch gleich Hallo sagen. Nichts ist gut. Ich habe immer mein Drama auf Band. Ich möchte. Ich weiß das. Was willst du dir nicht abtun? Ich hab mich Hallo. Ich hab mich Hallo. Ich will deinen Seiten schweinieren. Sexuellen. Beziehungsweise es gibt nichts. Ich ruf mich jetzt erstmal entletzt. Und ich sehe einfach aus wie so ein Penner. So ein bisschen gängig. Wuhuuu. Wuhuuu. Wuhuu. Wuhuuu. 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 Du musst eigentlich nicht so entgangen. Wuhuuu. Wuhuuu. Der ist hinter dir. Was? Wo? Da. Wuhuu. Wuhuu. Wuhuuu. Wieder Bibi. Tschüssi! 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 Dein Ernst! Mach das nicht! Bibi! Nicht in die Küche! Doch! Er wird eins mit dem Boden! Oh Gott, das Puschelchen! Oh Bibi! Ich so... Hallo! Das ist mir... Hallo! Die fehlt, da kommst du direkt zu dir! Oh mein Gott, das ist sogar noch aktuell! Okay! Hier hat die Beschwörung... Was ist das Nisch? Soll ich zuerst? Ja! Oh mein Gott! Ich so... Das ist von mir... Okay! Very cute! Ich muss jetzt alles so... Die Gatorze filmen... Okay! Soll ich jetzt alles einzeln erstmal aufmachen? Ja! Okay, hier! There you go! Bitte! So... Kannst du das kompetent? Ja! Ich muss einen Schritt nach hinten! Ich hab was zusammengewürfelt für dich! Was ist zusammengewürfelt? Zusammengewürfelt? Ja, ich hab dir ja von der Messe auch was mitgebracht, hab ich da mit reingetan. Und das ist auch nochmal... Wenn du aufklappst, klapp mal auf! You're fine! Ich! Ich! Ich hab nichts zu essen! Oh! Und was nicht da unten zu eignet... Das ist ein Pulli! Perfekt! Von der Düsseldauer war ein Messer aus Holz! Nachhaltig! Vegan kann ich essen! Vegan! Snack, ey! Lass uns später den Stift zeigen! Danke dir! Bitteschön! Das ist eigentlich wirklich perfekt! Weil... Das ist nicht für dich! Das ist für mich! Ihr hört nur was! Das ist ein Hackessen! Warte, soll ich jetzt noch was auch noch machen? Ja? Ich will mich mal so schlecht Beschenke anzunehmen! Ich will dir mal was zurückgeben! So Pipi Langschriff-mäßig! Machst du doch auch zu unseren Geburtstagen! Richtig! Dann gibst du uns Liebe! Das ist von uns! Okay, von euch allen! Ja, mit Toshi! Toshi ist ja nicht da! Okay! Auf der anderen Seite! Auf der anderen Seite! Große Sachen machen wir alles! Ich bin zu klein! Oh, das ist wieder ein Donut! Oh, das ist wieder ein Donut! Wir sind schon hier im Video! Mhhh! Zoom die Rand! Bitte! Bitteschön! Ist dein gesund! Oh, yes! Okay! Oh mein Gott, schlugen! Oh, shit! Oh, shit! Oh, ja! Very happy! Was ist hier? Oh, gut! My face! Soll ich kann man gehen! Das machen wir nicht alle! Warte! 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 Das Beste kommt jetzt noch! Wie soll ich das alles mitnehmen? Du kriegst Beutel! Keine Sorge! Ich krieg Beutel! Ich krieg Beutel! Ich bin Beutel-Dienst! Ich muss nicht zurück! Schmeiß weg! Schmeiß weg! Schmeiß, das ist auch von uns vier! Okay! Bitte nicht fallen lassen! Nee, bitte nicht! Heet! Heet! Nicht weghieten! Oh, ups! Ist nicht schlimm! Maus kaputt! Also das Papier! Kann man noch benutzen? Könnt ihr noch benutzen? Könnt ihr noch benutzen? Könnt ihr noch benutzen? Wieso machst du da? Kssst! Reiß auf! Das ist so ästhetischer Fakt! Im Gegensatz zu meinem. Du musst deins sehen! Das ist an einer Stelle noch an einem Karton festgeklebt mit Tesafloch! Okay, okay, okay! Das war's mit dem schlechten Leif, oh mein gosh, ihr seid so süß, ich komme dann hier hin, scheiß, irgendwelche Sachen umklappen und vernünftig, oh mein Gott, soll ich das dann gleich mitnehmen, wenn wir da hinten nehmen, bitte, ja, direkt dann so, und du so, Win-Win-Situation, ich kann wohl noch ein anderes besorgen, nein, ich kann das sonst, was glaubst du, wie ich mich gefühlt habe, als wir durch Tatouren gelaufen sind, Ja, komm schon, warte, ich muss noch kein Essen, ich muss noch kein Essen, ich muss noch kein Essen, du wolltest noch oben drauf, oh nee, das ist, noch mal braun, warte, Luna kracht nicht ein, Luna kracht nicht ein, danke, bitte schön, ich so, oh, jetzt bist du gefühlt, da, danke, warte, sehr schön, Mit Liebe, ich bin jetzt nicht Jui, aber, ich glaube von Jui, aber wirklich keine Liebe, und euch, danke schön, danke schön, das ist ein, very good moment, warte, ich muss good content filmen, because there is mini-me, This is my husband, my husband, my husband, and this, this Joe, and this, this Joe, and this? Oh, look at that, double-checked baby, I can't say anything, I can't say anything, but so, no, I've got to take it, no, I've got to see it in the camera, I was so, I've got to see it, but I've got to see it in the camera, I didn't know, I have to see it in the camera, das war das jetzt also einmal so klein kommen jetzt hast du in september das ist schon ein februar aber das ist schon klar jetzt kann ich noch rein und dann bitte Ich komme mir echt vor, wie so ein Bad Hair Day, wie so ein Aufgeschneider. Oh, warte, ich muss den Schlüssel. Ich so, warum? Bei dir sieht es alles perfekt. Oh, nee, das ist ein bisschen kalt. In die Boops. Ich wollte mir eigentlich davorstellen, dass du in Ruhe deine Kamera wachst, bevor sie alles sieht. Bitteschön. Dankeschön. Bitte, bitte. Ich muss aber gleich die Dings-Verpackung angucken von dem anderen Ding. Die muss man einfach als ein Partykracher, die kannst du auseinanderziehen. Weil du unternehmst einfach nicht ohne Frozen-Partykracher hast. Ich bringe gleich eine. Jetzt guckert das. Du musst das ein bisschen vorne aufreißen. Ich habe es erstmal nicht. Ich will die Karte noch von vorne haben. Das ist einiges. Das musst du dir jetzt in Ruhe durchlesen. Oder so, dann habe ich deine Reaction. Der eine Joke, der da drunter ist, das sind einfach wir. Hast du den Joke gelesen? Das sind einfach wir. Ich bin einfach so. Ich. So, ästhetisch. Morgen. Wir haben den Tapping Cat. So, warte. Und das war mit der Furchtung. Of course. Lots of love. As all in the Titan, Gengshin. Ja, das kannst du an der Seite. Ja, keine Sorge. Yeet. Ich zieh mir mal die Karte, vor der dir zerknickt. Ja, ich habe unten in die Ecke schon gesehen. Doch. Stimmt. Stimmt. Ich weiß alles auf. Du musst es suchen. Search for it. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meine Babies. Oh. Bibi. Mein Gott. Dien.